Aaaaaaah hey meine Frau es geht willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal LA44 ja mit dabei ist der Lucreca LP Luis? ja wir spielen auch a pvp auf der Map Rock und ja Lucreca LP sucht sich gerade ein Pack aus oder? Thatcher Pack ja ja also volles Programm voll Mann voll Mann allein allein alles klar ooooh hohohoho hohoho alles klar Diese Dinger, die da... Geister, oder? Keine Ahnung, hast du das Geister? Ja, oder? Nein. Was denn? Geist. Geist. Ich find das immer voll heftig. So, so, immer so... Alles klar, ich glaub, das war mein Freund. Okay. Okay, Leute, es wird gleich anscheinend noch einer gleich neben mir sitzen. Alles klar, okay. Ist er tot? Ist er tot? Bitte. Bitte. Nein, der lebt noch, oder? Ja. Geld. Geld. Okay, oh, Leute. Als ich das letzte Mal auf der Map gespielt habe, war ich auch Team Gelb und jetzt auch. Und das letzte Mal hab ich gewonnen. Aha, okay. Ich lass dich die anderen erst mal betteln. Fuck. Puh. Äh. Was ist mit der anderen? Sag jetzt bitte, der ist tot. Ja, genau, Kumpel. Scheiße. Ach, Mann. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Noch eine Runde. Hi. Okay. Okay, Leute. Äh, mein Freund ist grad hier. Äh, wie ist nochmal dein Minecraft-Name? Äh, Landcraft-LP. Landcraft-LP. Äh, hier was. Nimm, die hat einen Stuhl hier. Okay, ich nehm grad mit Louis auf. Alles klar. Okay, ähm... Okay. Äh, kein Raum. Alles klar, wie wir sind in der Runde, nur zwei. Also raus. Warte, ich lass mal so. Ne. Mal erzählen, mal ein einzelner App. Ne. Ich lass halt, was halt mal, ähm... Das hat mal Paluden gezockt. Paluden, mhm. Okay, äh. Okay, Leute, ich such mir einmal kurz eine Musik aus, die ich gleich anmachen werde. Alles klar, Leute. Ich lass mal so. So, okay. So, okay. So, okay, Leute. Okay, Leute. Du bist so, dass du immer noch ins Kind? Nein. Letzend-Toucher-Pack oder? Nein, jetzt, okay. Geil, Leute, oder? Okay, ich mach mal den Zongern. Okay. es ist es ist man denkt sich wer denkt sich kriegt es nicht es ist die eine kleine Fak okay aus dem ja ich spiele auch auf jetzt müssen die ja h h h h d und für den den herr ok er sagt er hat vor den Niko gemacht Prozent ja also Leute erhe ich hier schon das habe ich jetzt schon lange sie dann als Kind er ist für die einfachste Scheiße aus wie Psycho sowie Luka Kälte ist erst das Kind so sagst du eigentlich gequäkelt jemand weil ich sage okay Leute ich lasse es jetzt mal so bei sechs oder wartet wartet ich lasse es jetzt mal so bei sieben Minuten ja das war es dann auch schon wieder mit der Folge ja Leute wir sehen uns dann zur nächsten Folge bis dahin Leute ciao alles klar Leute ich hasse dieses Aufnahmeprogramm also Leute nochmal ciao